Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einer weiteren Ausgabe meiner Game of Thrones Recap-Serie. Heute dreht sich alles um die neue Folge No One. Und natürlich Spoiler-Warnung an alle, die die neue Folge noch nicht gesehen haben. Wenn ihr die Folge gesehen habt, kehrt zu diesem Video zurück. Und wenn ihr generell noch nicht zu weit in Game of Thrones seid, Leute, guckt die Serie endlich mal hier. Was ist denn mit euch? Gut, ja, bevor wir kurz rein starten, muss ich mal echt sagen, diese Woche war wirklich so ein bisschen Fan-Theorien zerstören von den Machern, habe ich das Gefühl. Es gab ja so einige Sachen, die so in den letzten Wochen gemunkelt wurden, wo ich ja auch teilweise darauf eingegangen bin, die diese Woche dann so ein bisschen einfach denied wurden. Aber da gehe ich dann noch darauf ein, wenn wir dazu kommen. Ich will mich diese Woche ein bisschen kürzer halten, weil es ist E3 und wir haben genug anderen Stuff zu tun und so. Deswegen nicht ganz so lang wie letzte Woche, tut mir leid. Und ja, überhaupt. Genau, wir fangen auch direkt mit Aria an. Aria hat, nachdem sie letzte Woche von Wave angegriffen wurde und ich schon echt Angst um ihr Leben hatte, so ein bisschen zumindest, Zuflucht jetzt im Theater gesucht, wo auch, ja, wo sie eigentlich die Actress, die Schauspielerin von Cersei töten sollte, was sie dann nicht gemacht hat. Und ja, die Schauspielerin von Cersei pöppelt sie jetzt so ein bisschen auf. Kommt auch wieder die Milk of the Poppy endlich mal wieder vor. Genau, es wurde so oft teilweise in Season 1, 2, 3, kam das so oft vor in King's Landing. Einfach wegen, äh, wie heißt der noch? Master, äh, Mattel, ach, keine Ahnung, wie heißt der? Scheiße. Fuck, äh, ja, der, auf jeden Fall der Maester. Ja, es sind so viele Namen im Game of Thrones, sorry, ich, keine Ahnung, ich hab die nicht immer alle direkt griffparat. Naja, auf jeden Fall, äh, ja, dann, früher oder später, es war mir auch schon klar, äh, geht's weiter mit Aria vs. Wave. Ähm, die Schauspielerin muss leider dran glauben und, äh, fällt Wave zum Opfer. Äh, Aria springt erstmal episch aus dem Fenster, und dann kommt so eine Verfolgungsjagd durch halb Bravo ausgefühlt. Das war schon irgendwie actionreich und so, ne, also, muss ich schon sagen, war auf jeden Fall ganz cool so. Und dann, aber wobei ich sagen muss, dann in einer Szene, ähm, ja, stolpert Aria quasi so eine Treppe runter. Und da sind es halt so marktmäßig, stehen da überall Körbe mit, keine Ahnung, Orangen und Kram rum. Und sie fällt da runter und es war halt irgendwie so, sie fällt da ewig lang runter. Also, als ob sie sich nicht mal so irgendwie ein bisschen stoppen könnte und aufstehen könnte oder irgendwas. Also, sie fällt und fällt und fällt und fällt und rollt und rollt. Dann denkst du so, ähm, nein, stop it already. Ja, die, die armen Leute auf dem Markt, weil sie wirft so tausend Körbe dabei mit halt um und so, naja, egal. Ähm, ja, letztendlich geht ihre Wunde, die, äh, eigentlich schon so halb versorgt war, dann doch wieder auf. Und dann blutet sie und das ist so ganz cool gemacht, so, weil sie überall halt Blut an die Wände schmiert und shit. Während sie dann weiter versucht, äh, vor Wave zu fliehen und dann wieder in ihr kleines Lager kommt, wo dann auch endlich Needle ist, weil einige sich ja wohl auch schon gefragt hätten, warum sie, äh, letzte Folge, als sie angegriffen wurde, Needle nicht dabei hatte und so. Aber da liegt sie dann rum und man denkt sich so, fuck, hm, sorry, I had screwed. Ähm, aber es stellt sich heraus, ne, dann nimmt sie Needle, streicht noch so cool die Kerze, die da ist, aus und dann tötet sie Wave. Ähm, ja, bringt die dann noch, oder besser gesagt, Waves Gesicht, auch wieder mit Augen ausgestochen. Ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt so ihr Signature-Move wird, so Leuten die Augen auszustechen. I don't know. Ähm, bringt sie in die Hall of Faces, wo dann auch Jackin ist und so. Ähm, und dann meint er so, ja, a girl is finally ready to be no one oder is finally no one. Ähm, und dann sagt sie, nein, fuck it, ich bin Arya Stark und ich gehe jetzt endlich nach Hause. Und das fand ich echt cool, weil, keine Ahnung, ich fand das jetzt mit Wave und so alles so semi, weil ich persönlich fand es auch ein bisschen strange, dass Arya in dem einen Moment noch so voll so, ah, fuck, ich bin, ah, angeschlagen. Verwundet, fast tot, voller Marsch. Im nächsten Moment dann so, ja, jetzt habe ich Nidl, jetzt ist ja kein Problem mehr, so von wegen, so okay, I guess. Und der Kampf wurde halt auch nicht gezeigt, dann denkt man sich so, hm, gut, muss man halt einfach akzeptieren, dass sie Wave jetzt getötet hat. Ähm, ja. Ich finde es natürlich gut, dass Arya jetzt nicht draufgegangen ist und so, aber es war halt irgendwie ein bisschen strange, fand ich. Also generell gab es ja wohl auch ein bisschen Kritik an den letzten zwei Folgen, was Arya angeht. Aber ich finde den Outcome jetzt auf jeden Fall cool, dass sie wirklich jetzt mal zurück nach Westeros geht. Und, ähm, ja. Wobei Jacken auch wieder so komisch geguckt hat und dann so, hm, was geht? Passiert noch irgendwas? Egal. Wie gesagt, ich will mich heute kurz halten. Ähm, wir gehen weiter zur nächsten Storyline und zwar zum Hound. Der Hound ist ja, ja, letzte Folge zurückgekehrt, dann auch direkt wieder ziemlich enttäuscht worden, weil seine Gruppe an, äh, ja, Leuten, ähm, ganz schön geslayt wurde von ein paar Leuten der Brotherhood Without Banners. Ähm, ja. Und dann sieht man da am Anfang so eine Truppe, die auch übrigens wieder sehr witzig mit so einem übrigen Akzent, und so, keine Ahnung, so Richtung Schottisch würde ich mir fast meinen. John, Mike, do you learn how to kiss properly? Oder so, keine Ahnung. Es war eine weird Unterhaltung, mal wieder einer dieser komischen Gamer-Frauens-Momente, wo du dir denkst, ähm, weird, weil, naja, wenn ihr es gesehen habt, ihr wisst, was ich meine, der Typ packt den anderen in den Arsch und shit und das ist ganz weird. Naja, auf jeden Fall, ähm, der Hound kommt dann rein, sagt so, ja, fuck it. Und das Erste, was er macht, ist, dass er dem einen Typen den Kopf abschlagen mit der Axt. Und denkst du so, okay, fuck it. Ja, und er slayt sie alle nieder, dem einen haut er die Axt so richtig zwischen die Beine, oh, das, ah, fuck. Dann kommen dann noch so die halben Gedärme schon so raus, weil er hat die so richtig tief da rein, ah, das, das war schon wieder mies, also da kriegt man immer so ein komisches Gefühl bei diesen, diesen Szenen. Ähm, ja, aber dann fragt er halt, wo die anderen sind, dann letztendlich findet er die anderen auch, aber die sind dann schon, da sehen wir dann nämlich die alten Leute der Brotherhood bis Outbound wieder, nämlich, äh, Surrens of Me heißt der eine, glaube ich, der mit dem Zopf und der andere heißt Barak Dondarrion, also der, durch den wir auch gelernt haben, dass es Resurrection, äh, gibt, also Wiederbelebung, ähm, weil er irgendwie schon sechsmal wiederbelebt wurde und so weiter und so fort, ähm, ja, und die haben bereits die Leute, die, ähm, die Community vom Hound dann niedergeslayt haben, da aufgereiht, ähm, ja, an einem Baum gehängt und sind kurz davor, sie zu hängen und der Hound will sie eigentlich niederslayen, dann verhandelt die so ein bisschen, im Endeffekt tritt der Hound dann von zwei, von drei Leuten die Fässer weg und alles ist gut, dann quatschen die noch so ein bisschen, so, und, ähm, keine Ahnung, es wird wieder darum, von wegen, ja, wir sind Teil eines größeren Ganzen und so weiter und, ich weiß nicht, ich fand's, äh, weird, aber scheinbar ist es jetzt tatsächlich so, dass der Hound auch nach Norden geht, ähm, ja, weil die Brotherhood Without Banners da irgendwas machen will, vielleicht irgendwie gegen die White Walker nochmal irgendwas plant, was dann natürlich gut wäre und, äh, ich bin sehr gespannt, wäre natürlich weird, wenn die jetzt in die, die, die Storyline nochmal reinkämen, in die Jon Snow und so, Storylines, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, ich glaube auf jeden Fall, dass wir nächste Season, ähm, ein Arya und, äh, Hound, ja, Reunion haben werden, weil, ja, Arya geht wieder nach Westeros und dann Tendstel wahrscheinlich auch nach Norden, und sobald die irgendwie Wind davon bekommen, was in Winterfell und Shit abgeht, ist die ja sofort da, also dann, ja, aber gut, wir werden sehen. Genau, weiter geht's in Meereen mit Tyrion und am Anfang auch noch Varys, die, äh, ja, gehen so ein bisschen wieder durch die Stadt, scheinbar geht Varys zurück nach Westeros, ähm, um da schon mal so ein bisschen was vorzubereiten, schon mal ein paar Leute, äh, auf die Seite von Neryth quasi zu schlagen, ähm, bin ich sehr gespannt, wo genau er hingeht, ob wir da jetzt nochmal was sehen, oder ob wir ihn erst wieder sehen, wenn Daenerys und Tyrion und alle auch wieder nach Westeros gehen, keine Ahnung, ich bin sehr gespannt, geht er nach King's Landing wieder, aber da kann er eigentlich kaum noch hin, ähm, wo geht er hin, ich bin sehr gespannt, das wird auf jeden Fall cool, ähm, ja, dann gibt's noch wieder so eine weirde Szene, wo Tyrion, äh, äh, Missandre und so, und, äh, Grey Worm, genau, versucht irgendwie auch witzig zu machen und sie sich gegenseitig schlechte Gags erzählen, hat keine Ahnung, das war sehr weird, mal wieder, ähm, ja, aber Missandre, Fiend ist dann irgendwie doch ganz nice, mal ein bisschen was zu trinken und so weiter Gags zu erzählen, wobei der Gag, den sie erzählt hat, halt relativ unlustig war, naja, egal, äh, Wichtige in Marine ist, dass dann früher oder später, kurz nach dieser Szene, ähm, Schiffe von den Maestern kommen und anfangen die Stadt zu bombardieren quasi mit Katapulten von den Schiffen aus, und, äh, was ich mich dann natürlich gefragt hab, wo bleiben einmal, äh, äh, Theon und Jarrah, also die Greyjoys mit ihren Schiffen und so, können die da vielleicht noch ein paar Schiffe kapern, sodass sie noch mehr Schiffe haben und an die Zahl der tausend Schiffe, die Daenerys ja brauchten, um alles nach Westeros zu verladen, ähm, ja, ranzukommen und generell, wie das ablaufen soll und so, ich denke, die werden auf jeden Fall da noch rankommen, könnte ich mir gut vorstellen, weil, ja, das macht einfach irgendwie Sinn, und, äh, aber erstmal, wichtig war da noch, dann hört man halt so, äh, ähm, ja, Beben, die überlegen so, ah, wir brauchen einen Schlachtplan, nein, wir warten, bis sie zu uns kommen, geh nicht runter an den Strand und so, ähm, hört man erstmal so ein Beben und denkt so, ah, hm, also, es wird impliziert, dass man denkt so, ah, da kommt jetzt irgendjemand rein, aber ich hab's halt direkt schon vermutet, ey, fuck, das ist Drogon. Oder halt, das ist auch noch wohl, was viele gedacht haben oder einige gedacht haben, dass vielleicht auch, ähm, die anderen beiden Drachen, äh, freikommen und dann einfach die Schiffe wegburnen, aber es war Drogon und dann kommt auch Daenerys rein und, äh, ja. Jetzt geht's, denke ich mal, wieder ab in Meereen, äh, ist cool, dass die wieder geunion sind, ähm, ich weiß nicht, wie die Dothraki da jetzt noch, also die werden natürlich auch da irgendwo in der Nähe dann sein, wieder jetzt wieder reinreiten, wir werden sehen. Genau. Dann King's Landing mit Cersei, ähm, ja, da geht's jetzt um eine Sache, der, oder bei Arya war er auch schon ein bisschen Fan-Theorien, äh, Theorie, ah, fuck it, Fan-Theorien, ja, zerstört worden, ähm, im Sinne von, es kommt weder irgendwie ein Genji, Gendry oder sonst wer zurück, sondern es war halt einfach nur, ja, ne, die Schauspielung und so. Es gab ja auch schon wirklich die Theorie, dass der Waterdance-Master wieder zurück ist, da gab's doch so ein Bild schon von wegen so, wenn wir im Hintergrund irgendwo hier mal rumgelaufen sind, ist der so, von der, vom Schatten her ungefähr so aussah, und es waren so, ah, da ist er doch, und, naja, egal. Ähm, ja, bei Cersei in King's Landing, ähm, kommt natürlich einmal die Szene, auf die wir uns natürlich letzte Woche gefreut haben, wo, ähm, ja, Leute vom High Sparrow, äh, Cersei in den, äh, in den, äh, Tempel bringen wollen quasi, in den High Keep, ne, in das Red Keep ist das Schloss oben, und wie heißt das andere nochmal? Der Tempel. Ah, fuck it, diese, hm, ähm, ja. Ja, und sie wollen sie auf jeden Fall abholen, und sie sagt, nö, kein Bock. Dann sagen sie, ja, äh, doch. Und im Endeffekt läuft's darauf hinaus, dass der Hound, äh, dass der Hound, dass der Zombie-Mound endlich mal in Aktion tritt. Einer der High Sparrow-Leute schlägt ihm dann noch so richtig seine Waffe vorne in die Brust, macht gar nix, kein Blut, scheißegal, bleibt einfach stecken, und der reißt ihm einfach den Kopf raus, mit Spine und allem, und du denkst ihm so, fucking Jesus, okay, ja, das ist definitiv Gewalt, die sie da gewählt hat. Das ist schon krass. Ja, Kaibor steht da auch noch und so. Und generell, jetzt, äh, kommt aber der große Twist und die Zerstörung einer Theorie, die ich ja auch öfters angepriesen habe, wenn man so will, nämlich Clegane Bowl wurde jetzt denied, zumindest sehr wahrscheinlich, weil Tommen dann eine Ankündigung macht in The Great Hall im Thronsaal und man denkt so, hm, fuck, hm, was kommt jetzt? Wird jetzt irgendwie, ich dachte auch schon kurz, wird der Cersei jetzt dafür, dass sie einen der High Sparrow-Leute quasi gekillt hat, irgendwie noch, äh, belangen oder so? Nein, ähm, ja, das Trial wird bald sein von ihr und Loras. Und, ja, ganz schön scheiße, weil Cerseys Sicherheit wird quasi geraubt, weil, äh, er verbietet Trial by Combat. Ähm, ja, fuck it. Jesus. Ist schlecht für sie, ähm, ich bin mal gespannt, was sie macht. Es wird natürlich schon angeteast, dass sie auf jeden Fall vielleicht doch noch was in der Hinterhand hat, ähm, weil Kaibor nach irgendwas recherchiert hat und so und was genau. Ich persönlich bin ja der Überzeugung, dass, äh, es was mit Wildfire zu tun hat, weil, ja, keiner, er spricht vom Old Rumor und so, ne, also von alten Gerüchten, die ja da, denen er da nachgegangen ist und überhaupt. Weil, wenn wir mal überlegen, wir haben ja auch schon jetzt in einem Brand-Flashback den Matt King gesehen und wie sie da Wildfire rumgefüllt haben, weil er ganz viel in King's Landing überall Wildfire versteckt hat und am Start hatte, ich glaube, da haben sie was von gefunden, ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob Cersei jetzt vielleicht vorhat, ähm, den Tempel mit allen Leuten vom High Sparrow und überhaupt einfach abzufackeln oder was genau sie vorhat. Ähm, ich bin da gespannt. Und, aber ich glaube nicht, dass Cersei draufgehen wird, ehrlich gesagt, äh, ja, mal sehen. Im Zweifelsfall gibt's ja auch noch Jaime. Denn, da gehen wir jetzt nämlich auch schon weiter, krasse Überleitung, ähm, zu Brienne und Jaime. Ich hab das jetzt, fasse das jetzt einfach mal zusammen und generell alles in Riverrun und überhaupt. Ja, ähm, keine Ahnung. Ich muss sagen, Brienne kommt dann da an, ne, wird erstmal direkt von, äh, ja, Männern von, also Lannister-Soldaten umstellt und so und dann letztendlich zu Jaime geführt. Da unterhalten sie sich, dass eine der zwei großen Jaime-Dialoge quasi in der Folge, wo halt auch vor allem Janies Motivationen hinterfragt werden, wo, äh, hinterfragt wird, ob er das Richtige quasi tun kann, die richtige Entscheidung treffen kann. Und, äh, Brienne will einfach nur, ja, quasi sicher zum Blackfish kommen und sagen, ey, ich will erst mit ihm reden, will möglichst die Männer, also will, dass du, äh, akzeptierst, ist, dass ich die Männer sicher nach Norden, äh, führen kann, wenn er denn, äh, ja, wenn der Blackfish denn halt Riverrun aufgibt, ähm, ja, damit sie halt Sansa da helfen können. Hm, ja, als sie sich dann mit dem Blackfish unterhält und versucht, den Brief von Sansa an ihn zu übergeben, hat der natürlich keinen Bock, er will nicht aufgeben. Er ist sehr, sehr dickköpfig, aber in einem Moment denkt man sich so, ah, gibt er vielleicht doch nach irgendwie, nee, nee, doch nicht. Ja, äh, bisschen doof, ne, äh, aber gut. Ähm, als sich dann Jaime später noch mit Edmund, äh, Tarly unterhält, ja, das ist auch wieder so, das ist auch ein bisschen offensichtlicher, ja, so, äh, Jamies, ja, quasi, ähm, guten Willen hinterfragen und so, ne, von wegen so Fragen so, how do you live with yourself und shit und, ja. Aber Jaime ist immer noch wohl richtig auf Cerseys Seite und will einfach nur sie zurück und, äh, Riverrun deswegen einnehmen. Ähm, ja, dann kommen auch wieder halt so Sätze, if I have to slaughter every Charlie that ever lived to get back to her, that's what I'll do. Und shit, ja, und the things we do for love. Wobei es halt noch ganz cool ist, dass er nochmal Catelyn erwähnt, ähm, Catelyn. Ja, das war auch so eine Theorie, die ich persönlich nicht hatte, aber Lady Stoneheart kennt man aus den Büchern, dass die jetzt auch noch in der Show irgendwie kommt, weil man wohl, äh, Lemon Cloak, also den einen mit dem gelben Umhang von der Brotherhood aus Banners, aus der letzten Folge, der diese Folge dann erhängt wurde und wo somit quasi auch die, und weil wir auch, ähm, Beric Dendarrion wieder gesehen haben, ähm, der in den Büchern wohl sein Leben, äh, Catelyn Stark einhaucht, die dann zu einer Art, ja, wiederbelebter Catelyn-Zombie-mäßig, äh, wird Lady Stoneheart und dann, äh, krassen Rache-Feldzug gegen die Freys und so führt. Ähm, einige hatten die Vermutung oder die Hoffnung, dass sie noch kommt, ich glaub's nicht und vor allem jetzt sowieso nicht mehr, ähm, ja, genau, ähm, ja. Weiterhin spielt sich das in Riverrun oder Riverlands dann halt so aus, ähm, dass Edmund dann von Jamie quasi auf Force Tor geschickt wird und, äh, dann reinkommen will und, äh, äh, ja, nach Riverrun die Männer, die das Schloss bemannen, dann ihn auch reinlassen und obwohl der Blackfish das nicht will, äh, ne, der Blackfish halt weiß, ey, da würde ich gut ausgehen, das ist eine fucking Falle, dann ist ja alles verloren, ähm, ja, aber die Leute sagen halt, ja, du bist nicht der Lord, sondern Edmund ist ja theoretisch der Lord und, äh, dementsprechend, äh, lassen wir ihn rein und gehorchen ihm. Und das ist halt ganz schön Kacke für den Blackfish, weil dann kommt Edmund rein, dann sagt Edmund, okay, leg die Waffen nieder, lass die Lannister-Leute rein, gut, fuck, weil Edmund nicht möchte, dass, äh, sein Kind und seine Frau, äh, die er wohl nur einmal gesehen hat, aber die eine Nacht hat wohl gereicht, um das Kind zu zeugen, damals, äh, in der Season 3, wo er seine, wo er verheiratet wurde mit einer Frey-Tochter, tatsächlich, ähm, ja, und er möchte irgendwie doch nicht, obwohl ich mir denke so, ja, ich meine, klar, irgendwo doch, aber andererseits, es sind Freys, fuck it, ich meine so, ne, na, egal, nicht möchte, dass Jamie sie mit einem Katapult, äh, ja, rüberschießt, die Köpfe oder shit und so, das ist ja wohl auch eine Buchanspielung, äh, ja, gut, ähm, im Endeffekt, Riverrun ist gefallen, die Leute kommen nicht mit in den Norden, so wie es scheint, Blackfish, äh, ja, schickt, äh, Brienne und Podrick dann noch mit einem Boot weg und sagt dann so, ja, ich komm nicht mit, sorry, ich bin Kämpfer, ich muss, äh, Riverrun bis zum letzten Abend zu verteidigen und man sieht auch nicht, wie er stirbt tatsächlich, aber man kriegt dann halt mit, als Jamie dann da oben noch auf der Mauer steht und ein Lannister-Soldat quasi kommt, dass er sagt, ja, wir haben den Blackfish, er meint dann so, ja, bring ihn zu mir, äh, ne, können wir nicht, der ist, der ist tot, hm, okay, gut, er ist tot, ja, dann winkt Jamie natürlich noch Brienne, also er sieht sie und guckt sich noch so um, sieht irgendjemand anderes die und lässt sie zum Glück noch gehen und schickt da nicht irgendwie nach oder shit, sondern winkt ihr halt, während sie dann noch auf dem Fluss, äh, langfährt und ich denke, die sehen sich nochmal wieder, ich bin sehr gespannt, was aus Jamie wird, weil eigentlich mag ich Jamie, aber er ist trotzdem ein fucking Asshole, ja, aber so vor allem, wann war das, Season 3, als er noch mit Brienne unterwegs war, das war halt schon irgendwie, da hätte er ja was draus machen können und generell, dass er halt gesagt hat, das ist auch mit ein Grund, warum ich ihn mag, ähm, dass er Brienne losgeschickt hat nochmal und ihr die Chance gegeben hat, äh, äh, Sansa und so zu finden, ne, was halt cool ist. Genau, das war im Groben auch schon die Folge, ähm, das war jetzt so eine Folge, ich fand sie auf jeden Fall cool, keine Frage, es gab ein paar coole Momente, ähm, aber, aber, ja, äh, es ist halt doch irgendwie so eine Folge gewesen, die jetzt vorbereiten, vor allem nochmal auf die nächste Woche und ich hab den Teaser für nächste Woche gesehen. Nächste Woche werden wir Battle of the Bastards oder Snowbowl oder wie auch immer man es nennen möchte, bekommen. Fuck, sieht das episch aus. Oh mein Gott. Ähm, ja, also, das sieht echt nice aus. Ich freu mich super drauf, die nächsten zwei Folgen werden legendär. Ähm, bin sehr gespannt und es sind auch schon so Sätze in dem Teaser gefallen von Jon Snow, von wegen, if I fall, don't bring me back again, oder so, so, ähm, ja, um halt auch mal so ein bisschen die, die, die Spannung nochmal hochzutreiben, das ist so von wegen, ja, wenn Jon Snow jetzt stirbt, dann kommt er auch nicht zurück, oh shit. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, äh, was sind eure Theorien? Ja, generell, wie sich alles ausspielt, Arya vor allem auch, und, äh, Dings hier nach, Westeros, was hat der Hound jetzt im Norden mit dem Brotherhood Without Banner vor? Ähm, hat es vielleicht auch irgendwas mit Bran zu tun? Und, ähm, Jon Snow, wie, ach, keine Ahnung, alles verwirrend. Wohin geht Varys? Wird nicht auch mal was, was ihr da denkt und so. Was macht Cersei? Und überhaupt. Bin sehr gespannt. Ja, äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch mal eure Ansichten und Predictions in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020